Was kann man mit Animate CC nun also machen? Wie es der Name schon sagt, kann man damit vor allem Animationen erstellen. Also in diesem Fall dann vor allem Animationen fürs Web, aber eben auch für andere Endgeräte und Flash hat sich ja vor allem, nachdem es halt von den ganzen, aus den ganzen Browsern oder wie auch immer oder von den ganzen mobilen Geräten verschwunden ist, vor allem einen Namen gemacht als Animationsprogramm bei Spielen und so kann man das auch heute nach wie vor so ein bisschen sehen. Also ich würde sagen, vor allem im täglichen Einsatz als Webdesigner oder Webentwickler ist das zum Beispiel, um seiner Webseite gegebenenfalls noch so eine kleine Portion Zucker zu verleihen, wenn man da mal irgendwie Bock hat auf eine geile Animation oder so. Also ich glaube, die Zeiten, dass halt man auf jeder dritten Internetseite Flash wieder sehen wird, die kommen glaube ich so in der Form nicht wieder, weil halt eben einfach CSS3 und HTML5 von sich aus schon so viel Dynamik mitbringen und so viel Flexibilität, dass an vielen Stellen für das, wofür man früher eben dann Flash genommen hat, das ist heute eben so gar nicht mehr von Nöten. Also ich sehe das in erster Linie eben so, dass man halt so Spielereien wie hier diese Fischchenanimation oder diese Kontaktanimation, dass es eben genau dafür weiterhin genutzt wird, vor allem zum Beispiel im Bereich der HTML5-Spiele. Auch das ist ja mit Sicherheit nach wie vor ein ganz, ganz großes Thema, also HTML5 ist ja da mehr oder weniger, auch wenn es das schon länger gibt, aber trotz allem noch immer in den Kinderschuhen, also noch nicht alle Entwickler setzen da ja voll auf den HTML5-Canvas, dabei gibt es da echt richtig, richtig coole Anwendungsmöglichkeiten. Also ich sehe da vor allem für Animate CC dann durchaus schon noch eine Zukunft. Wie gesagt, natürlich wird es aber mit Sicherheit nicht mehr in dieser flächendeckenden Ausbreitung stattfinden, wie es halt eben vor 10, 15 Jahren noch der Fall war. Das soll aber jetzt hier nicht Thema sein. Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle erstmal ein paar Grundlagen zu Programmen zeigen und zusätzlich, das habe ich jetzt ganz vergessen, zusätzlich zu der Geschichte mit dem Animieren muss man eben dazu sagen, dass Animate CC und auch die alten Flash-Versionen sich in den letzten Jahren als sehr hervorragende Vektorzeichenprogramme erwiesen haben. Also die sind nicht nur geil zum Animieren, sondern wenn ihr zum Beispiel jetzt mal irgendwie eine geile Vektorzeichnung machen wollt, dann gibt es viele, die tatsächlich nach wie vor eher auf die Arbeit in Animate bzw. in Flash schwören, als dass sie das mit Illustrator machen würden. Dazu kommen wir später nochmal, ich gehe jetzt nicht im Detail dann darauf ein, was besser ist als in Illustrator oder wieso, weshalb, weswegen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich werde aber hier diese verschiedenen Zeichenwerkzeuge nochmal genauer erläutern und dann werdet ihr schon nachvollziehen können, was da schon extrem geil ist an diesem Programm. Bevor wir da loslegen, ihr seht schon hier meine Arbeitsoberfläche, also ich gehe davon aus, das soll eine Einsteiger-Serie sein, dass ihr euch mit diesem Programm bisher gar nicht auskennt und dann starten wir einfach mal so, wie uns Adobe Animate CC geschenkt hat, nämlich mit der klassischen Arbeitsoberfläche. Ihr seht ja auch oben ganz rechts auf der Seite, also ich bin hier im Windows unterwegs, aber auf Mac wird es genauso sein. Da seht ihr oben rechts, wie in fast allen Programmen, die Möglichkeit, dass ihr ein anderes Arbeitslayout einschaltet. Wir nutzen hier momentan das Arbeitslayout klassisch, also so eben, dass hier oben dieser Bereich für die Zeitleiste hier oben angeordnet ist, die Eigenschaften auf der linken Seite. Dann haben wir hier noch diverse Panels für die Farbe oder für die Ausrichtung, die halt alle im Moment hier so eingedockt sind, die wir dann halt per Klick ausfahren können und wieder einfahren können. Und wir haben hier auf der linken Seite dann die Werkzeugleiste und hier unten dann eben unsere Bühne, unseren Canvas, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten, auf dem wir eben arbeiten. Es kann aber unter Umständen sein, meinetwegen kann man jetzt auch die ganze Zeit immer mit dieser gleichen Ansicht hier weiterarbeiten. Es gibt aber durchaus Situationen, in denen sich ein anderes Layout bewährt. Ich arbeite hier im Moment jetzt beispielhaft für euch nur auf einem Bildschirm. Ich benutze in der Tat aber eigentlich mehr Bildschirme. Und wir werden auch gleich irgendwann mal auf das Vacom Tablet umschalten, auf den Vacom Cintiq. Da habe ich deutlich weniger Platz. Und da macht es dann Sinn, wenn man sich ein anderes Arbeitslayout zusammenstellt oder eben eines hier aus den vordefinierten rausnimmt. Und dann bietet sich zum Beispiel hier die Auswahl kleiner Bildschirm an. Und ihr seht schon, jetzt wird das ganze Layout nochmal komplett anders sortiert. Also die Zeitleiste rutscht hier nach unten, wird deutlich kleiner. Dafür hat halt diese Zeichenfläche deutlich mehr Platz. Die Eigenschaften werden auch so eingerückt. Also ich muss sie jetzt aktiv dann eben ausklicken. Das hat hier oben dann der Arbeitsbereich kleiner Bildschirm zufolge. Wir klicken jetzt einfach beispielhaft nochmal auf Animator. Und ihr seht, wieder wird das Ganze etwas anders angeordnet. Also ihr seht, hier oben habt ihr die Möglichkeit, diverse vordefinierte Layouts für euer Animate CC auszuwählen. Ihr könnt aber zum Beispiel auch ein komplett eigenes Layout definieren. Also wir machen das jetzt hier mal eben. Ich habe wie gesagt mehrere Bildschirme. Ich schiebe jetzt einfach mal eben diese Tafeln auf meinen linken Bildschirm. Dann setze ich die da an. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz hier für diese Fläche. Ich docke auch mal die Werkzeugleiste ab und schiebe mir die ganz rechts. Ach, wo ist denn jetzt mein... Ich finde gerade den anderen Monitor nicht. Muss ich gleich nochmal genauer einstellen. Ich schiebe jetzt mal einfach die Werkzeugleiste einfach wieder hier hin, wo sie war. Mach jetzt nicht ganz so viel kaputt und ziehe halt die Eigenschaften mal eben nochmal hier hin. So, jetzt haben wir einfach ein bisschen was kaputt gefummelt. Und wenn euch aus irgendeinem Grund dieses kaputt gefummelt gefällt oder ihr nun irgendwas viel besseres gebastelt habt, als ich das für mich getan habe, dann habt ihr die Möglichkeit oben rechts in der Ecke auf neuen Arbeitsbereich zu klicken und könnt euch diesen Arbeitsbereich dann abspeichern. Wir gehen jetzt hier mal wieder auf den Bereich Klassisch und seht jetzt, ihr könnt hier wieder auf den Bereich Kiki Spielerei wechseln, der das Ganze dann so etwas durcheinander macht. Das ist eine ganz ganz wichtige Funktion hier oben, wie ich finde. Also, die ist analog eigentlich zu allen anderen Adobe Programmen auch, aber ich habe durchaus schon festgestellt, dass es Leute gibt, die das gar nicht kannten oder sich gar nicht bewusst waren, dass man sich hier eigene Layouts fertigen kann oder eben, dass man hier auf vordefinierte zurückgreifen kann. Die schieben das immer so hin und her. Ich vergesse das tatsächlich auch manchmal und habe dann hier, also wenn ihr mal ein Layout bei Illustrator sehen würdet, da muss ich jedes Mal kotzen und ich vergesse tatsächlich wirklich jedes Mal, dass ich da ja eigentlich mir mal so ein Layout speichern wollte. Und da liegt alles quasi über die ganzen Bildschirme verteilt. Aber egal, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Also wie gesagt, das oben zum Arbeitsbereich und wir gehen jetzt hier nochmal eben in diesem Video hin und erstellen uns jetzt ein neues Dokument. Wir gehen also auf Datei neu und da wollen wir jetzt hier mal eben zu den Grundlagen bei dem Erstellen eines Dokumentes kommen. Also ich sage ja im Moment, ich beziehe mich in meiner Tutorial-Serie in erster Linie jetzt hier auf den Bereich HTML5 Canvas. Also mit WebGL habe ich mich noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Dahinter steht auch in Klammern Vorschau. Das heißt, das Ganze ist noch so in so einer Art Beta-Preview-Status. Von daher für mich im Moment auch noch nicht ganz so wichtig, als dass ich da jetzt noch eine Serie zu machen müsste. Also zumindest aktuell nicht. Deshalb beschränke ich mich in erster Linie auf die Arbeit im HTML5 Canvas. Natürlich könnt ihr auch genauso gut Dokumente im ActionScript 3 Modus anlegen. Wobei, wie gesagt, da ja schon klar ist, dass Adobe da irgendwann in den nächsten dreieinhalb Jahren den Support einstellen wird. Also ich halte das hier für nicht sonderlich zukunftsträchtig. Und vieles aus ActionScript 3 lässt sich eben genauso auch im HTML5 Canvas umsetzen. Einen ganz, 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 ganz wichtigen Unterschied gibt es tatsächlich, auf den ich direkt hier hinweisen möchte. Wenn wir jetzt einfach mal zum Beispiel ein ActionScript 3 Projekt aufmachen, dann sehen wir hier auf der linken Seite dieses 3D-Drehungswerkzeug. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel in Animate mit einer ActionScript Variante auch die Möglichkeit, das Ganze als 3D-Objekt dann hier, ach Mist, jetzt habe ich Mist gebaut. Also ich musste das mal eben hier umstellen in den korrekten Zeichnungsmodus. Dazu später auch. Ich mache jetzt mal eben so, zack mal hier mal ein Rechteck drauf und mache das Ganze zu einem Movie Clip. Und jetzt habe ich nämlich hier die Möglichkeit, diesen Movie Clip auch in der 3D-Ebene zu bearbeiten. Das ist echt richtig, richtig geil. Man kann jetzt hier mit Flash eben auch 3D machen, aber um das Ganze geile auch direkt wieder zu beenden, zack. Denn wenn wir jetzt hier den HTML5 Canvas aufmachen, also das, worauf ich mich halt wirklich beziehen möchte, dann sehen wir schon, dass hier oben ich so ein Warnzeichen bekomme. Also hier ist das 3D-Werkzeug nicht vorhanden. Das heißt, ihr könnt hier so ganz mal eben auf die einfache Kammern 3D also nicht benutzen. Es gibt aber, ich habe mich da noch nicht ganz so richtig komplett eingefummelt, es gibt aber die Möglichkeit, zum Beispiel, nur am Rand, ich will das ankratzen, über Create.js zusätzliche CSS-Funktionen mit einzubinden. Und dazu gehört zum Beispiel auch CSS3-Transforms. Und mit diesen können wir ja auch wieder Elemente über die Y-, X- oder Z-Achse dann zum Beispiel verdrehen. Das heißt, über das zusätzliche Hinzuladen dieser Bibliothek mit in unser Dokument rein, dazu auch dann später mehr, damit können wir das dann zum Beispiel umsetzen. Also damit wäre dann tatsächlich die Möglichkeit gegeben, auch Elemente mehr oder weniger im 3D-Space zu drehen. Das aber ist halt eben die ganz wichtige Unterscheidung zu der Sache in ActionScript und den Sachen im HTML5-Canvas. Es gibt da noch diverse mehr, aber das ist zum Beispiel eine, die sofort auffällt, dass halt hier das Zeichen nicht mehr zur Verfügung steht und wir im 3D-Raum nicht arbeiten können. Kleine Unterscheidung dazu gehe ich dann immer zwischendurch wieder drauf ein. Gehen wir aber nochmal zurück und zu einem ganz elementaren Punkt, nämlich wir bleiben jetzt hier bei HTML5-Canvas. Wir hätten jetzt hier die Möglichkeit noch diverse Vorlagen auszuwählen. Das habe ich jetzt aber bisher so in der Form nie gemacht. Ich habe mir mein Dokument immer selbst erstellt. Zum Beispiel sagen wir jetzt, ich will jetzt hier irgendwie so einen Full-HD-Slider machen oder sagen wir also zumindest in der Breite Full-HD und in der Höhe 400 passt mir schon mal ganz gut, ist okay. Und jetzt sehen wir unten die Bildrate. Das sind 24 Bilder pro Sekunde. Das ist normalerweise üblicherweise diese Bildwiederholungsrate, die das für das Auge so gut erträglich macht, sage ich jetzt mal so. Also wenn ihr alle Spiele spielt oder ihr habt das mit Sicherheit schon mal gehört, Frames per Second, das ist halt hier eben die deutsche Entsprechung dafür. Bilder pro Sekunde. Das heißt also für eine Animation werden hier 24 Bilder im Rahmen einer Sekunde abgespielt. Das heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Rechteck von der linken Seite auf die rechte Seite bewegen würden im Zeitraum von einer Sekunde, dann wären das hier 24 Bilder in den Zwischenschritten, auf denen das Ganze angezeigt wird. Mache ich da zum Beispiel jetzt nur 5 Bilder rein, dann springt das Rechteck sehr zackig darüber und umso bei mehr Bildern wird es eben höher aufgelöst. Ich kann das Ganze mal eben vielleicht darstellen an einer billigen Animation. Ich mache jetzt mal einfach 2 Bilder pro Sekunde. So. Da war 5 Sekunden, ach guck mal hier, machen wir mal bis dahin. 2 Bilder, das ist jetzt 1 Sekunde. Äh, machen wir auch mal 5 Sekunden, sonst ist das jetzt so knapp. Jetzt verschieben wir das einfach mal nach da. Und jetzt haben wir da innerhalb von 5 Sekunden diese Bewegung. Und innerhalb von einer Sekunde seht ihr, wie schnell das dann da hinspringt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und im Dokument die Framerate wieder erhöhe, dann seht ihr auch gleich, dass sich oben diese Zeitleiste sofort ändert und ich jetzt hier 1 Sekunde habe. Und jetzt seht ihr, also ich glaube, das lässt sich hoffentlich daraus so einigermaßen nachvollziehen. Ups, jetzt habe ich ein Mist gebaut. Ich habe jetzt hier diese Bewegung schön aufgeteilt. Das heißt, in Bild 1 ist das Rechteck da, in Bild 2 hier. Das geht jetzt ganz langsam vonstatten. Und umso kleiner ich die Bildwiederholungsfrequenz einstelle, desto weniger Bilder habe ich pro Sekunde, desto ruckeliger wird das Ganze letztlich auch. Üblicherweise sagt man so ungefähr so ab 20, 24 ist das wohl fürs Auge gut, dass man keine Ruckelei mehr sieht. Und man muss eben dabei auch beachten, mit der Bilder-pro-Sekunde-Rate steigt auch gleichzeitig so ein bisschen die Dateigröße. Aber 24 hat sich da schon als so ein recht guter Wert erwiesen. Das ist auch einer der Standardwerte, die ihr zum Beispiel beim Film oft wiederfindet, dass wir da eine Bildrate von 24 Bildern pro Sekunde haben. Das sind jetzt erstmal die Grundlagen. Damit haben wir jetzt, glaube ich, zumindest den groben Einstieg geschafft, dass wir erstmal wissen, wo stehen wir jetzt hier. Jetzt gucken wir uns gleich als nächstes. Bis in den nächsten Videos schauen wir uns an, wie hier diese Werkzeugleiste funktioniert und wie generell der Rest der Arbeitsfläche von Animate CC hier aufgebaut ist.